Opa! Hallo, liebe trojanischen Freunde! Wir sind die Griechen! Lasst uns rein in eure schöne Stadt, bitte! Nee, du kommst hier denn rein! Lass uns doch vergessen! Fünf Jahre Krieg, ja? Hey, seit zehn Jahren verabsch ich nicht, ja? Abzüglich Aufmarsch und Abmarsch! Mach nur noch fünf Jahre! Außerdem, wir verlassen die Belangerung freiwillig! Ja, dann hau doch ab! Aber vorher, wir machen eine schöne kleine griechische Friedenstanz in eure schöne Stadt! Nix, ich kenn eure Tricks! Wir lassen euch rein, dann muckst ihr uns ab! Hau ab! Ach was, sowas würdet ihr niemals machen! Wir bringen euch bei Shirtaki! Hoppa! Hey, hör auf uns zu verarschen! Shirtaki wird erst in fünf Jahren erfunden! Ach so, ja! Ja, aber wir haben euch mitgebracht eine kleine griechische Geschenk! Geschenk? Geil, Geschenk! Hört sich gut, äh! Hey, Nix, wir kennen eure scheiß Grasgeschenke! Letztes Mal war es ein riesen Holzpferd! Davor war es ein riesen Rindvieh! Und davor war es ein riesen scheiß Garnelö! Warum nicht, hab ich mich mitgenommen! Da waren Griechen drin! Oh, sie genommen! War ein Versehen! Aber diesmal, wir haben eine schöne griechische Freundschaft geschenkt! Nur für euch! Weißt du was? Steck dir dein Geschenk in deinen fetten A... Geil, Alter! Guck dir das an! Oh, das geht ja voll ab und drinnen! Gut, geil! Der sieht sauber aus! Alles klar, wir machen die Kote aus! Ich hab mal die Kote aus! Ich hab mal die Kote aus! Ich hab mal die Kote aus! Vielen Dank.